Hallo S21 Fans, noch ist das dicke Schloss dran, und zwar am Ausgang vom neuen Wehrbadsteig nach Süden, in den Steg. Ich vermute ja, dass es heute noch geöffnet wird. Und werde nachher nochmal vorbeischauen. Wir können hier nochmal einen Blick durch den Spalt werfen. Wir sehen dann nämlich, dass neben dem Steg drüben im Baufeld die Baustellenabdrehendgitter positioniert wurden. Und auf der anderen Seite vom Steg wurden sie auch schon zum Teil remodiert, als ich vorgestern da war. Ich werde jetzt gleich mal rumgehen, die andere Seite filmen. Schätze drüben ist alles schon weg. Und der Steg jetzt, also die Rampe vom Steg in Zukunft außerhalb des Baufeldes liegt. Bis später, ciao! Also wie vermutet, der Baustellenabdrehend ist zurückgebaut. Wir sehen hier recht vom Steg, wie er hinter ihm vorbeiläuft. Und die Asphaltrampe zum Steg ist auch schon fertig und freigelegt. Also die schauen wir uns gleich mal an. So sieht das jetzt aus. So sieht das aus. So sieht das aus. Also sehen die Aufmerksamkeit bis zu werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.